Fuckina! Jetzt ist Krieg! Jürgen! Fuck Jürgen, Achtung! Geh in den Bunker, Mann! Am Strand! Auf! Jürgen! Auf jetzt! Fuck, Jürgen, da ist jemand, warte mal. Jürgen, warte mal. Oh, der ist grad eben vom Berg gefallen. Jürgen, ich hol mir... Ach, Smaug, weck mich doch. Heinrich, warte mal, ich bin hinter dir. I gotta cover your ass! Heinrich, fuck, hinter uns! Heinrich? Ich bin verletzt, kann mir jemand helfen? Heinrich? Günther, schön, wir mit Flak belegen. Machst du fertig, Drecksack. Franz, ich geb dir Rückdeckung. Moment. Ah, fuck, Smaug, Franz, ist nicht schlimm. Da ist, glaub ich, einer. Franz, da drüben sind zwei! Hab ich geklatscht? Fuck Franz, da ist noch einer! Okay, warte. Ich hab ihm 490 Damage gegeben und er denkt sich so, ist mir scheißegal. Krass. Hier, bitteschön. Franz, nix doch schnell! Kipp mit! Seitendeckung! Oh, scheiße! Ich brauch schnell den Smoke. Okay. Franz! Alter, geil, wie ich die genutzt hab. What the fuck? Satin-Kollegen, wo seid ihr? Wollt ihr noch ein paar auf die Mütze oder was? Ich brauch einen Muni! What the fuck? Granate! Oh! Oh! Mate, ich weiß, wir sind nicht vom gleichen Stamm, aber kannst du... Wie kannst du aufheben? Oh, der brennt. Hahaha! Ich weiß, es ist nicht leicht, wenn du im Krieg gehst und einfach die Eier wegfrieren. Ich weiß, es ist hart. Small Granate übrigens für uns Jungs. Was ist das? Guck mal! Leute, ich hab's! Atombaum ist am Start. Oh! Oh! Vergesst nicht eure Granatwerfer, Jungs! Ich zeig euch mal, wie der Vati das macht. Dann nehmt ihr einfach das Ding. Wo macht den hier? Peng! Batsch! Gseh! Und gelernt, hoffe ich doch. Ich zeig's euch noch einmal. Auch auf Entfernung. Super Ding. Guck mal. Du siehst den Feind. Bumm! Er muss aber treffen. Uuuuh! Warte, da liegt jemand. Fuck, fuck, fuck. Wie... Sorry, Bro. Komm. Kann ich das Ding hier fahren, oder was? Feuer! Oh, guck mal, da ist einer. Ah, der Longshot. Easy Hit! Ching Chong down to China. Untouch. Oh Gott! What the fuck! Hat er was gemacht? Alter, ich bin sowas für ein Fahrer. Achso, Sniper ist das. Ich dachte, es war Fahrer. Was hab ich denn auf der 3? Flash! Achso. Wow. Alter, unser Haus! So, jetzt bin ich aber sauer. Jetzt passt mal auf, wie ich dem geb. Oh, mein G**! Ja! Der Lustschwängel! Ich geh mal ein bisschen weiter vor. Aha! Hallo! Oh! Uh! Tja, auf einmal ist es nicht mehr so leicht, so ein Profi-Sniper zu spielen, ne? Ja, ja. Assist! 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 Hey! Hey! So! Ich bin jetzt der Medic. Und ich will nichts hören. Mach euch das jetzt. Warte mal, warte mal! Ich flieg dich zusammen, Alter! Aha! Bumm! So, da vorne liegt der Nächste. Nächste! Au! 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 Ah! Wow! Alter, er schreckt mich dann nicht so. Da, komm, jetzt nimm mal die Granate hier. Komm, guck mal, noch eine. Rauchgranate kommt! Ach, Rauchgranate. Extrem hilfreich, ne? Ich hab nichts an denen zu besägen. Gar nichts, oder? Doch! Die vier! Woo! They ask you how you are. You just have to say that you're fine. And you're not really fine. But you just can't get into it, because they would never understand. Gewinnen wir eigentlich gerade, oder? Ich, ich, ich versteh's. Boah, das sind zwei Feinde. 116, Mann, was? Alter, wie viel live, wie viel live hab ich? 100. Warum haben die 100 Millionen? 1478. Okay, dann komm ich jetzt halt zu euch hin. Klatsch euch halt als nächster näher. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Hello there. Nee, nee, nee! Hallo, Feinde? Alter, der Schnee ist ja mal krass, ey. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, keine Ahnung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Find ich jetzt auch nicht extrem tragisch, aber irgendwie schon. Oh, hallo. Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Danke für die Rettung mit dem Jungen. Warte kurz. Ah, Gott. Eben schreibt mir Rick auch, dass die Squad-Geschichte bei ihm auch nicht richtig funktioniert. Also, da scheint wohl generell ein Bug zu sein. Wir konnten auch nicht zusammenspielen. Also, ich hab versucht, ihm in das Spiel zu folgen. Und es ging nicht. Komm her, ich helf dir. Fuck, ich hab ihn kurz geschlagen. Aber das machst du. So an die Backe. Komm schon! Oh fuck, genau vor mir, Alter! Ich geb ihm 80. Er ist down. Der Feind wurde eben geheilt. Leute, die haben A eingenommen. Jetzt platzt mir mal gleich der Sack. Hallo, Feind. Bye-bye, Feind. Eigentlich wäre übrigens der Rick jetzt hier mit am Start. Er hat mir 100 Euro überwiesen, um mir diese Premium-Origin-Mitgliedschaft zu holen. Vielen Dank an dich, Monsieur. Aber es war nicht möglich, zusammen zu wursteln. Also, ich konnte ihm nicht joinen. Aber gut, ich mein, es ist ne Beta, da kann man nicht viel meckern. So ist es halt. War Männer! Jetzt wird er mal gehustelt. Ich will alles sehen. Hat der Objektiv Dora wurde gearmt? Nee. Drei Stück! Erstmal Smoke. Also nächstes Mal will ich mehr Einsatz sehen. Gerade vom Fritz. So, jetzt komm ich von hinten. Aha! Bumm. Helm verloren vor lauter Schreck. Winifrey, komm mit dem Panzer mit! Dicht da hinten! Warte kurz! Scheiße! Ach, ich muss ins Haus. Jungs, hier brauch ich Medic. Oh! Oh! Ach Gott, was ne Hektik! Komm, bis dahinter! Komm, bis dahinter! Bro! Hab ich den easy geklatscht, Junge. Keine Sorge. Level 2 mit der Waffe. Bumm. Soweit ich weiß, höchstes Level das möglich ist im Moment. In der Beta. Guck mal da! Ah! Wenn man sich mit den überkrassen Boys anlegt. Na, naja. Buh! Okay, gut. Also. Mindset ändern. Ich bin Scharfschütze. Ich muss ganz, ganz weit weg. Ich muss ganz, ganz arg campen. Und ich muss höchst behindert sein. Das schaffe ich. Ja, also. So. Jetzt geh ich mal hoch. Hier hockt noch nicht mal jemand. Krass. Hier ist voll warm. Geil. Pass mal auf, wie emitiös das wird, man. Ist ja komplett scheiße hier oben. Legt euch ruhig mal hin. Da liegt einer irgendwo. Der hat Angst vor dem Panzer. Ich schieß da mal eben hin. Hab ich dich, Drecksack! Ich hab ihm einmal in den Arsch geschossen. Da drüben steht er. Ha! Was ein krasser Spot, ey. Ich werd gleich geneift. Ich weiß es. Was ist denn auch weg, oder? Uuuhuhuhu! German Noodles! Weggeklatscht! Guck mal, ich leg mir hier unten so Drecksack mäßig eine Miene hin. Wie? Jetzt ist ja kein Enemy mehr. Aber beginnt hier jetzt ein Schneesturm oder wie? Dann kann ich es vergessen. Alter, ich werd schneeblind! Könnt ihr mal bitte Schnee wegmachen? Ich kann... Ich muss raus. Ich seh nichts mehr. Halt mal kurz stehen. We are loosing Objective EZ.